Hallo und herzlich willkommen hier auf der IFA. Ich bin Jan von Curved und ich bin hier zu Gast bei Wire. Das ist ein Unternehmen aus Israel, das einen Sensor entwickelt hat. Ursprünglich ist ein Sensor eine Erkennung für Brustkrebs. Das wurde dann weiterentwickelt für einen Sensor für Smart Home. Man kann erkennen, wo Personen liegen, sitzen oder sich bewegen in der Wohnung. Und jetzt gibt es mit dem Wallabot DIY das erste Gerät, was wirklich für den Endverbraucher gedacht ist. Sieht jetzt hier relativ unspektakulär aus, dieser schwarze Kasten am Smartphone. Ist aber sehr hilfreich, denn man kann damit in Wände schauen. Ähnliche Sensoren gibt es schon am Baumarkt oder für Handwerker, für Heimwerker gedacht, mit dem man einfach herausfinden kann, wo ein Kabel in der Wand steckt. Das macht der Wallabot DIY auch, aber er macht es genauer. Also die Geräte, die es gibt, die machen das mit, geben Töne von sich, die piepen laut. Er leuchtet ein Licht auf, wenn ein Kabel oder Metall dahinter ist. Und der Wallabot DIY geht dann noch ein Schritt weiter, denn er zeigt einem nicht nur an, dass da was ist, sondern kann auch erkennen, was es ist. Also ist es Stromkabel? Ist es ein Metallrohr? Ist es ein Stahlträger? Ist es Holz? Und das ist ziemlich präzise. Und ich habe das hier vorgeführt bekommen, auf so einer Demo-Wand beziehungsweise auch an der richtigen Wand. Und das ist, wenn man sich eine neue Wohnung einrichten will oder da in dem Bereich häufiger unterwegs ist, arbeitet, es wirkt auch für mich sehr hilfreich, dass man da einfach weiß, was einen hinter der Wand erwartet. Also dass man da keine Leitungen an Bord, die komisch gezogen sind und kreuz und quer verlaufen und nicht gerade, wie man das heute erwarten würde, nach den Maßstäben beim Bau eines Hauses. Der Wallabot DIY ist inzwischen schon erhältlich, beziehungsweise die erste Charge ist schon ausverkauft. Die nächste wird produziert. Gibt es in Europa, beziehungsweise in Deutschland für 99 Euro. Ist damit, glaube ich, ein Tick teurer als die anderen Sensoren. Ich kann dafür aber auch mehr. Und ja, das ist so ein bisschen so ein kleiner IFA-Geheimtipp hier von mir. Mehr Videos von uns gibt es dann uns auf dem Channel. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Anmerkungen, ab in die Kommentare damit. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.